Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Fette, die Hydrolyse von Fetten. Das Video ist vorgesehen für das Gymnasium, die dortige Kursphase und den Leistungskurs. Den Film habe ich folgendermaßen gegliedert. 1. Fette als Ester. 2. Saure und basische Hydrolyse. 3. Mechanismus der sauren Hydrolyse. 4. Mechanismus der basischen Hydrolyse. 5. Verseifung. 6. Zusammenfassung. 1. Fette als Ester. Fette sind prinzipiell aus einem Glycerin-Molekül und drei Fettsäure-Molekülen aufgebaut. Glycerin besteht aus einem Propanskelett. Darauf folgen die funktionellen Ester-Gruppen, worauf sich lange Alkylreste, die aus den Fettsäurenstammen, anschließen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come. Don't come.